Herzlich Willkommen! Jetzt kommt ein Film über Online- und Mobile Banking. Dieser Film über digitale Bankdienstleistungen gibt es, das das nicht mehr basiert. Grüezi. Grüezi. Dann die Kappe. Sie, kann ich bei Ihnen mit Apple bezahlen? Ja klar, können Sie das. Ja, das ist ja super. Die Digitalisierung hat uns voll im Griff und durchdringt unser Leben und unseren Alltag. Das Tempo ist so hoch, dass es gar nicht so einfach ist, den Überblick zu behalten. Das E-Banking konnte sich etablieren und wird von den Leuten akzeptiert. Laut der letzten Umfrage nutzen europaweit rund 60% der Menschen die entsprechenden Angebote. In der Schweiz ist jeder Zweite bereits ein E-Bankler. Darum verzeichnen wir pro Jahr auch 2,4 Millionen Logins in unserem System. Das sind im Durchschnitt ca. 9 Kunden pro Minute, die gleichzeitig eine Dienstleistung nutzen wollen. Stellen Sie sich das mal in der analoge Welt vor. Grüezi. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen. Jetzt könnten Sie mir bitte zeigen, wie ich den Zahlungsdruck richtig halbieren kann. Das wäre sehr, sehr nett. Danke schön. Bei der KMU haben wir rund 6'500 Geschäftskunden. Von denen nutzen zwei Drittel ihren E-Banking-Zugang regelmässig. Unabhängig von der digitalen Welt spielt der Bargeldbezug immer noch eine sehr grosse Rolle. Die beliebteste Note ist übrigens das 100-Monotchen. Pro Jahr werden an der BKB-Bankomate fast 1 Milliarde Franken bar abgehoben. Die Schweizerinnen und Schweizer haben, wie gerade gesehen, gern Bargeld. Und nutzen auch regelmässig ihre Karten. Das Mobile Payment wird im Vergleich erst von 13% der Bevölkerung genutzt. Tendenz aber steigend. Es ist empfehlenswert, sich jetzt schlau zu machen. Nicht, dass Ihnen das passiert. Das Essen war super. Der Strand war schön. Das müsst ihr unbedingt auch ausprobieren. Das ist ein Mängertorger. Apropos ausprobieren. Ich habe diese Woche etwas Neues gemacht. Und zwar habe ich Tinder runtergeladen. 2-3 Mal pro Tag. Das kann ich wirklich gut empfehlen. Wir bieten und unterstützen die neuesten Technologien. Aber der persönliche Kontakt ist uns genauso wichtig. Und darum hat unser Kundencenter im letzten Jahr 180'000 Telefone beantwortet, 5'000 Chats bedient, 40'000 Mails verschickt und 60 Stunden pro Woche sind wir für unsere Kunden erreichbar gewesen. Ob analog oder digital, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Adieu Mittenand.